Warum tauchte Albus Dumbledore nicht auf, als Harry Potter den Stein der Auferstehung benutzte? Das und mehr jetzt in diesem Video. Erinnert ihr euch noch daran, als Harry Potter den Stein der Auferstehung in den Heiligtümern des Todes benutzte und seine Mutter, seinen Vater, Remus Lupin und Sirius Black zurückbrachte? Das gab ihm die Kraft und den Auftrieb, den er brauchte, um sich Voldemort zu stellen. Obwohl er wusste, dass er sterben würde, war es ein wirklich schöner Moment im Buch und eine beeindruckende Szene im Film. Man konnte die Anspannung auf Harrys Gesicht sehen, zusammen mit den Schuldgefühlen, die er empfand, weil so viele Menschen für ihn gestorben waren. Es war schwer für Harry zu akzeptieren, dass das Aufhalten von Voldemort der wahre Grund für diesen ganzen Krieg war und nicht nur, um ihn aus der Gefahrenzone zu halten. Das hat mich wirklich überrascht und ich bin sicher, dass es viele von euch auch so gesehen haben. Was mich jedoch am meisten verwundert hat, ist die Tatsache, dass wir Dumbledore dort nicht gesehen haben, obwohl sein Tod Harry ziemlich schwer getroffen hat. Warum hat Harry Dumbledore nicht zurückgebracht? Dumbledore war schließlich derjenige, der Harry den Stein gegeben hat. Es muss definitiv einen Grund dafür geben und ich habe natürlich sogar mehrere Gründe dafür ausgesucht. Heute werde ich sie alle erklären. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass es eine Grauzone gibt, die die Wiederauferstehung umgibt. Der Stein gibt dir die Macht, deine geliebten Menschen zurückzubringen. Aber es bleibt unklar, ob es der Benutzer des Steins ist, der die geliebten Menschen zurückbringt, oder ob die geliebten Menschen selbst entscheiden, zurückzukommen, wenn sie den Ruf des Steines hören, der ihnen erlaubt, in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Ich denke nämlich, letzteres ist der Fall, bei dem diejenigen, die man liebt, zurückkehren, wenn der Stein dreimal in der Hand umgedreht wird. In einem Höhepunkt der Heiligtümer des Todes glaubte Harry, dass er Dumbledore nichts bedeutete. Er glaubte nicht, dass Dumbledore sich um ihn kümmerte, wegen der fast aussichtslosen Situation, in der er sich befand. Guck dir diese kleine Passage aus den Heiligtümern des Todes an, wo Harry sagt, Ich weiß nicht, wen er geliebt hat, Hermine, aber ich war es nie. Das ist keine Liebe. Das Chaos, in dem er mich zurückgelassen hat, teilt er mit Gellert Grindelwald, nicht mit mir. Das unterstreicht Harrys Wut darüber, dass er Belogen manipuliert und im Grunde für den Tod verwendet wurde. Harry ging in den Wald zu Voldemort in dem Glauben, dass Dumbledore ihn aufgezogen hatte, um ein Opferlamm zu sein, das getötet werden sollte, wenn die Zeit reif war. Er glaubte, dass Dumbledore sich nie um ihn gekümmert hat oder ihn nur als Mittel zum Zweck betrachtete. Selbst in den besten Zeiten war ihre Beziehung nicht die eines Kindes zu seinen Eltern, sondern die eines Schützlings zu seinem Mentor. Er konnte also verstehen, dass sich seine Einstellung geändert hatte. Als es darum ging, die Macht zu haben, die geliebten Menschen zurückzubringen, wollte er einfach nicht, dass Dumbledore dort war. James, Lily, Sirius und Remus waren vier Menschen, die er liebte, die Harry am meisten sehen wollte und zumindest die vier Menschen, die er am meisten liebte und die tot waren. Er hatte sein ganzes Leben darauf gewartet, endlich seine Eltern zu treffen und obwohl er sie eigentlich nie treffen sollte, war dies die Macht des Steins, die Macht der Magie. Daher macht es Sinn, dass sie die vier Menschen sind, die er zu diesem Zeitpunkt sehen würde. Menschen, die ihm Trost und Mut geben konnten. Den Mut, den er brauchte, um sich Voldemort endlich zu stellen und sich dem zu stellen, was er für den sicheren Tod hielt. Es gibt auch den Fall, dass der Stein nicht in der Lage war, Dumbledore aus dem Jenseits zu holen, weil es von vielen Religionen nicht geglaubt wird. In verschiedenen Religionen wird geglaubt, dass die Vorhülle nur dann ihren Zweck erfüllt, wenn ein Verstorbener den Tod akzeptiert und weitergeht. Doch wir sehen Dumbledore zusammen mit einem deformierten, babyähnlichen Individuum, das wie ein Mini-Voldemort aussieht, im Grunde ein Seelenfragment. Diese babyähnliche Kreatur erscheint Harry an einem Ort auf halbem Weg zwischen Leben und Tod. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass das Seelenfragment und Dumbledore zusammen dort waren, aber die Gründe für ihr Vorhandensein waren sehr unterschiedlich. Dumbledore blieb vor allem, bis er seine Bedauern und seine unerledigten Angelegenheiten, die er noch nicht weitergeben wollte, geklärt hatte, während Voldemorts Seelenfragment dort für alle Ewigkeit gefangen war. So war Dumbledore in gewisser Weise freiwillig in der Vorhülle gefangen, was bedeutet, dass er außerhalb des Kraftfelds des Steins gewesen sein könnte. Wenn Harry versucht hätte, ihn zu rufen, als er schließlich weiterzog, wäre er erreichbar gewesen. Doch da der Stein im Wald verloren ist und es so aussieht, als ob wir das in nächster Zeit nicht herausfinden werden, naja, ist das schlecht. Aber um noch einmal auf Harrys Gefühle gegenüber Dumbledore und dessen fragwürdigen Handlungen im Allgemeinen zurückzukommen. Glaubt irgendjemand wirklich, dass wenn sie gewusst hätten, dass ein Stück von Voldemorts Seele in Harry existierte, Lily, James, Sirius oder Remus zu sich selbst gesagt hätten, nun lassen wir Voldemort einfach Harry mit dem Tötungszauber belegen, denn das ist die einzige Möglichkeit, Voldemort vollständig zu eliminieren und die gesamte Zaubererwelt zu retten? Die ganze emotionale Angst, die wir von Dumbledore wahrgenommen haben, war eigentlich nur ein Schuldgefühl, das mit dem Wissen einherging, dass er etwas tun würde, das vielleicht schädliche Auswirkungen auf seine Seele haben könnte, aber die Welt für immer von Voldemort befreien würde. Es ist nur ein weiterer Fall von Dumbledore, der sich von den Jahren mit Gellert Grindelwalds Prägung beeinflussen ließ. Das größere Wohl wäre natürlich der Tod eines einzelnen Harry, im Austausch für den Untergang von Voldemort, der natürlich selbst für massiven Tod und Zerstörung in der Zaubererwelt verantwortlich wäre. So kann man sehen, dass die Bedürfnisse der vielen die Bedürfnisse der wenigen überwiegen, auch wenn Dumbledore nicht mit den Plänen seines alten Freundes für Weltherrschaft einverstanden war. Dennoch versuchte er, den Status Quo zum allgemeinen Nutzen der Zaubererwelt zu erhalten. Das bringt mich zu der anderen Frage, über die ich gesprochen habe. Warum hat Dumbledore den Stein überhaupt an Harry gegeben? Dumbledore wollte von vorne hinein nicht, dass Harry die Heiligtümer des Todes vereint. Er hielt die Reliquien für äußerst gefährlich und konnte sich nicht vorstellen, wie rein Harrys Seele eigentlich war. Deshalb hatte Dumbledore Angst, dass Harry der Versuchung erliegen und die Reliquien falsch verwenden könnte. Schließlich gestand er, dass Harry ein besserer Mensch war, als er es je war. Dumbledores Plan war es, unbesiegt zu sterben und sein Tod wäre das Ende des Elderstabs, des gefährlichsten aller Heiligtümer. Als Draco ihn entwaffnete, war sein Plan ruiniert. Aber zum Glück hat dieser Fehler im Plan Harry geholfen, anstatt sich gegen ihn zu wenden. Ohne den Elderstab hätte Harry die Heiligtümer des Todes nie vereinen können. Ich glaube, Dumbledores Plan war, dass Harry den Stein nur kurz vor seinem Tod benutzen würde und deshalb hätte er ihn in den goldenen Schnatz platziert, der sich nur am Ende öffnen würde. Harry sollte herausfinden, was die Heiligtümer waren, mithilfe von Hermine, die das Buch Die Geschichten von Beedle dem Baden konsultierte und dann weiter nach Horcruxen suchen. Nachdem alle Horcruxe aus der Nagini zerstört wurden, gestand Snape Harry, dass er einen Teil von Voldemort in sich trug und Harry beschließt zu sterben, um alle anderen vor Voldemort zu retten. Zu diesem Zeitpunkt würde er den Schnatz öffnen, den Stein finden und ihn benutzen, um Trost und Mut von seinen toten Eltern, Mentoren und Freunden zu erhalten. Kombiniert mit Harrys angeborener Tapferkeit würde diese Unterstützung ihn in die Lage versetzen, bis er Voldemort gegenüber tritt und einen würdigen Tod stirbt, nur um zurückzukehren und weiterzukämpfen. Das war jedoch nur eine Vermutung, aber Dumbledore glaubte daran, dass es geschehen würde. Und das war's mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.